Ba-ba-ba-boo, ba-ba-ba-boo-boo-ah. Hm-hm. Boom! Boom! Mit diesem kleinen Skat sind wir wieder mal bei einer neuen Solo-Folge vom Feelgood-Podcast. Lange ist es her, heute ist der 23. Februar 2022. Und warum ist es so lange her? Irgendwie, ich war so ein bisschen am Ferien machen. Ich habe mal einen aufgenommen, so eine Solo-Folge, und irgendwie habe ich mich so nicht gut gefühlt. Im Sinn von, dass ich diese Folge einfach irgendwie... Ich habe so gemerkt, ich kann nicht mal einen Satz richtig sagen. Es ist einfach so gesehen, so... Und dann habe ich so gedacht, das will ich jetzt auch niemand mehr antun. Ich bin schon immer erstaunt, dass Menschen das Zeug einfach so hören. Aber, ähm... Also so etwas hat dann auch nicht müssen sein. Und darum habe ich dann irgendwie das nicht hochgeladen. Und dann ist so viel los gewesen. Aber irgendwie auch nichts. Kennt ihr das? Man hat so viel zu tun. Man ist konstant irgendwie unterwegs und was weiss ich. Aber es passiert nichts Spektakuläres. Es ist jetzt nicht irgendwie etwas passiert, was ich gefunden habe. Da muss ich jetzt unbedingt sofort ans Mikrofon und das den Mutzis da aussen erzählen. Und was auch noch dazu kommt. Wir haben ja richtig geile Folgen mit Gast. Richtig geile Folgen. Da habe ich so gefunden, äh, lassen wir es doch einfach mal so laufen. Oder? Und, ähm, es hat mich ein bisschen entspannt, weil ich gemerkt habe, man macht gern viel, aber man macht nicht gern zu viel. Und ich habe gemerkt, so, auch wenn es nur, blöd gesagt, eine halbe Stunde irgendwann einmal in einem Mikrofon reden ist, äh, es verlangt mir ein bisschen etwas ab, so eine, so eine Folge aufzunehmen. Da habe ich gemerkt, vielleicht muss ich nicht mehr jede Woche, äh, noch eine Solo-Folge hinterein schieben. Plus, kommt es eben auch wirklich darauf an, wie viel hat man zu erzählen, ja? Wegen diesen paar Downloads mehr ist das jetzt auch nicht so entscheidend. Und, ähm, das hängt auch ein bisschen von den Menschen da aussen ab, von den Mutzis. Je nachdem, wie viele Mails die zum Beispiel schreiben, oder? So, ich muss da mal schnell die Hartplatte abstellen. Bip, bip. T ist, glaube ich, genug heisst jetzt. Ähm, und, äh, genau. Wenn ich jetzt merke, es können mir jede Woche 10-15 Mails sein, dann mache ich sicher auch jede Woche einen Erfolg. Wenn ich aber merke, so wie jetzt, das ist so, so ganz entspannt, ne? Und ab und zu passiert mal was, dann, äh, ist es jetzt nicht unbedingt immer nötig. Ja. Aber, heute, 23.2.22, melde ich mich wieder mal. Und, ähm, ich habe ja schon ein bisschen etwas zu erzählen, weil es ja jetzt gleich 1, 2, 3 Wochen her ist, seit ich irgendetwas euch erzählt habe. Und zwar haben wir ein bisschen Solo gespielt, äh, zum Beispiel in Liestl, was ja sehr noch, äh, an meiner Heimat, äh, Basel ist. Und, äh, das war in einem Kino, im Kino Oris und, ähm, äh, Bombenstimmung. Es ist schon noch krass, wenn man merkt, wie einfach so ein bisschen mehr in der Region ist. Irgendwie das Verhalten zum Publikum ist gerade anders. Man fährt wie nahe man anders an. Was habe ich, was ich, das habe ich dann auch gemerkt, wo ich die Woche drauf, in der oberen Mühle, Düberdorf gespielt habe. Ähm, weil, ich erzähle jetzt noch schnell von Liestl fertig und nachher komme ich auf Düberdorf. Liestl ist, äh, ist, ist wirklich eine super Stimmung gesehen. Und, ähm, 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 ich lache schon ein bisschen, Entschuldigung. Ähm, ich habe sogar an dem Tag, ähm, ich muss das jetzt schnell finden, ähm, ich muss das schnell eingeben, Entschuldigung. Ähm, ähm, wo finde ich das jetzt wieder? Ähm, so. Es war mega spannend für euch, aber ich musste es schnell eingeben. Ich habe es natürlich nicht vorbereitet, sonst ist mir jetzt wieder eingefallen. Ähm, es hat, ähm, einen Artikel gegeben, über den oben. Und den Artikel würde ich euch, äh, zum Ausschnitt, würde ich euch sehr gerne vorlesen. Zum Beispiel, also der Titel ist, Kino Oris kann Comedy. Geil, oder? Ähm, Komik im Kino als Film, das gibt es immer wieder. Aber ein Komiker auf der Bühne im Kino, dies ist neu für das Kino Oris. So, dann, äh, wird ein bisschen erklärt und, ähm, dennoch hat kurz wieder mit. Ob dann jedem Besucher auch klar war, dass es live ist und kein Film, da durfte man sich nicht so sicher sein. Das war auch gleich einer der ersten Lacher, den Joel zur Aufwärmung brachte. Geil, oder? Ja, er machte eine kurze Erklärung, was die Zuschauer erwarten durften und dann war zuerst Cenk, ein Stand-up-Komiker aus dem Kanton Zürich, genauer gesagt Winterthur an der Reihe. Seine Geschichte aus dem Leben von Social Media war absolut hörenswert und wurde vom Publikum mit herzhaftem Lachen gutiert. Ja, dennoch gibt es einen Abschnitt über den harten Kinoalltag. Logisch, während Covid nicht so toll gewesen. Und dennoch hat, kommt Achtung, der Abschnitt, Mutzenbecher auf der Bühne. Also, da fällt schonmals von. Ähm, für Joel von Mutzenbecher war es der erste Auftritt in Liestal. Der frühere Tele-Basel-Moderator, ja, ich habe mich auch gefragt, das ist, äh, ich glaube 13 Jahre her, seit ich das letzte Mal eine Sendung in A4- und Schlussstrich moderiert habe, weil es ist ja Jugendfernsehen gewesen. Ähm, Achtung. Der frühere Tele-Basel-Moderator und Mitarbeiter einer Firma mit einem orangenen Schriftzug, wo er für die kalte Küche zuständig war, konnte das Publikum von Anfang an begeistern. Er hat eine sehr charmante, leicht freche Art, bei der jede Schwiegermutter ein Glänzen in den Augen hat. Er erzählt seine Geschichten so, als wärst du sein bester Freund und du fühlst dich, als wärst du selbst dabei gewesen. Viele Geschichten sind aus dem Leben, wie sie jeder schon einmal erlebt hat. Man fühlt richtig nach und versteht es vollkommen. Er improvisierte auch immer wieder sehr gekonnt und die Zeit verging wie im Fluge. Manch einer im Publikum hatte Tränen gelacht und auch die Reaktionen nach dem Auftritt waren eine große Dankbarkeit für die vielen Lacher in dieser manchmal doch schwierigen Zeit. Für Joel war es ein gelungener Abend. Es war ein dankbares und großartiges Publikum und es hat Spaß gemacht, in meiner Region aufzutreten. Er wird in diesem Jahr sein Soloprogramm Standort noch in vielen weiteren Orten präsentieren und ist absolut einen Besuch wert. Also ich bin absolut den Besuch wert, habt ihr gehört. Geil, oder? So, jetzt müssen wir ganz kurz meine Nase putzen. Weil der Häuschnuppe kommt langsam wieder. Was heißt langsam? Oh mein Gott. Ah! Ah! Es pisst so. Oh, shit. Ah. Ah. Oh je. Sorry, das war nur für die ASMRler unter euch. So, also ich habe nur Ausschnitt gelesen aus diesem Artikel. Der ist für mich aber schon ein von den faszinierendsten, den ich jemals gehört habe. Also der Herr, sehr, sehr nett. Sehr nett, wirklich. Mit dem habe ich sicher noch eine halbe Stunde nachher geredet. Wie es er herausgestellt hat, eher privat. Weil für einen Satz müssen wir ja nicht eine halbe Stunde reden. Aber ich sage, Herr, der ist sicher so alt wie ich. Ja, vielleicht ein bisschen jünger. Aber nicht viel. Aber wenn man das liest, habe ich das Gefühl, es hat ein Zwölfjähriger geschrieben. Sorry. Es tut mir sehr leid. Aber ich kann nicht darüber reden. Weil als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das ist schon faszinierend. Also es ist so, es hat auch noch, das kann ich da natürlich nicht vorlesen, es hat auch extrem viel. Und ich bin nicht gut mit Kommas. Aber ja, es hat ein bisschen Ungereimtheiten, sage ich jetzt mal. Und ich bin schon ein bisschen fasziniert gesehen. Und ich bin immer wieder an dem Punkt, das habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich bin immer wieder an dem Punkt, wo ich mich so frage, Medien, soll man mit Medien noch irgendwie etwas machen? Und ich meine, mit dem nicht, dass alles Fake News und was weiss ich ist oder so und nur Alternative mehr. Ich meine, viel mehr von einem Promostandpunkt. Ich bin Komiker. Und mein Ziel ist ja, dass Menschen irgendwie mehr schauen können. Ja, weil das ist auch die einzige, was will man sagen, Möglichkeit, so richtig, dass ich davon leben kann. Einfache Transaktion, jemand kommt, kauft ein Ticket, ein Teil von diesem Ticket geht zu mir aufs Konto. Wenn das genügend Menschen machen und somit genügend Geld von Tickets aufs Konto kommt und ich mit dem dann wieder Werbung, Aushang, Plakate, Design, Fotos und so weiter und so fort, Support, Technik, Fahrtkosten und so weiter und so fort. Wenn ich das alles damit zahlen kann und danach immer noch ein bisschen Geld hat, dass ich irgendwie Miete zahlen kann und so weiter und so fort, dann ist die Transaktion geliebt. Und damit das erreicht werden, damit Menschen an einen kommen schauen, heisst es immer, man muss ja irgendwie auch, Achtung, präsent sein. Das ist immer so ein tolles Wort. Du musst ja, ja, die Leute müssen sehen, dass es dich gibt, du musst irgendwie, bla bla. Jetzt bin ich halt seit, eben, vor allem ist hier Tele Basel erwähnt worden, jetzt bin ich irgendwie seit 16 in den Medien, also jetzt wirklich mehr als mein halbes Leben. Und alles Mögliche schon gemacht und immer wieder gibt es für irgendetwas Promo und irgendwie da einen Termin und da ein Interview. Und ich habe mal auf meiner Website Artikel drauf getan. Und darum habe ich zum Beispiel jetzt den gelesen, weil ich immer wieder so schaue, könnte ich wieder einen Artikel irgendwie online tun, wo es irgendwie ein bisschen auch beschreibt, was ich mache. Und ich könnte natürlich noch viel mehr von diesen Artikeln online tun, aber es, ja, hat viele Zeugs dabei, wo man so findet, nicht einmal, dass irgendwie kritisiert wird oder so, sondern es liest dich dann so ein bisschen wie zum Beispiel das hier. Und darum ist natürlich immer wieder die Geschichte von wegen, hey, du musst präsent sein, du musst irgendwie da ein Interview geben, du musst irgendwie dort etwas machen, so. Also jetzt in dem Fall habe ich nicht gewusst, dass jemand Kunde von einer Zeitung, sondern es ist oft angemeldet gesehen über das Kino irgendwie. Und die haben dann gesagt, magst du nachher noch mit dieser Person reden? Und ich bin dann immer, ja, ja, klar, kein Problem, so. Und ich finde es ja auch nicht schlimm. Und ich finde auch den Artikel nicht schlimm. Aber ich bin dann so ein bisschen, was bringt das überhaupt? Und das meine ich überhaupt nicht kaltblütig oder so, sondern einfach viel mehr, ob ich das noch will. Und ich bin immer wieder an dem Punkt, und ich bin immer wieder an dem Punkt, wo ich so denke, hey, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber vielleicht nicht. Ja, aber auf der anderen Seite ist dann wieder so, wie will man sagen, das Gegenargument, Alter, nimm es nicht so fucking wichtig. Es interessiert ja eh kein Schwein. Und das ist auch so. Aber dann denke ich wieder, hier und her, wenn es kein Schwein interessiert, wo mache ich es denn überhaupt? Bla, bla, bla. Und so weiter und so fort. Das ist die Liste gewesen. So, jetzt aber. Obermühle in Döbendorf. Das ist so schön gewesen. Einmal mehr. Dort so der Beweis. Man kommt einmal. Das ist vor ein paar Jahren gewesen. Man spielt das erste Mal. Es kommen, ich weiss nicht mehr, was ich gesehen habe, es sind vielleicht 30 Leute oder so. Es ist aber eine gute Show gewesen. Und das nächste Mal kommen mehr Leute. Und das nächste Mal kommen wieder mehr Leute. Dann ist Covid und es kommen ein bisschen weniger Leute als vielleicht das letzte Mal. Aber trotzdem anständig. Und was richtig krass ist, ist, man fotot die Show an. Und sie hört stimmungsmässig dort an, wo die letzte aufgehört hat. Richtig geil. Also die Leute von Anfang an bereit. Und es hat alles gepasst. Das ist super gesehen. Es hat so, so Spass gemacht. Es ist wirklich eine von meinen Lieblingslocations. Und was wirklich, was mich, das klingt jetzt so blöd, aber was mein Herz berührt hat, ist, ist, wenn ich in der ersten Reihe, natürlich immer so ein bisschen mit den Leuten schwarze und so, und in der ersten Reihe, mitten in der Mitte, eine ältere Dame, mit einem sehr, sehr schönen, Farbigen, so blauen Blazer, verschiedenfarbigen, aber hauptsächlich blauen Blazer. Und ich mit ihr anfange zu schwarzen und unter anderem frage, mit wem sind sie gekommen. Und sie sagt dann, da mein Mann im Himmel ist, bin ich alleine gekommen. Und dann habe ich schon so gedacht, oh shit, also da kann ich jetzt nicht roasten. Da kann ich jetzt nicht voll drin sagen, ah wirklich, wieso denn, ist auch von alleine gegangen. Nein, sondern ich habe dann wirklich so gedacht, okay, ich habe ein bisschen mit ihr geschwärzt, nicht lange, aber sicher auch nicht, weil ich jetzt da voll reinhauen wollte. Und habe dann weitergemacht. Aber natürlich war sie für mich dann extrem präsent, weil sie ist erstens in der ersten Reihe in der Mitte gesessen. Und zweitens, ähm, die Geschichte, oder? Und ich habe gespielt und gespielt und gespielt und ab und zu habe ich so wie gemerkt, wie einfach, ich sehe so aus dem Augenwinkel, während ich irgendetwas am Machen bin, sehe ich, wie sie, oder ich höre es, wie sie richtig laut lacht und irgendwie so den Kopf hinteren schmeisst und das ganze Zeugs, was man halt macht, wenn man so richtig lacht. Und das habe ich schon mega toll gefunden, aber nachher bin ich beim Merchstand und es kommen ein paar Leute und sie kaufen irgendein T-Shirt oder was weiss ich so und irgendwann kommt die Dame und sagt, sie, ich habe vor einem Jahr, was nicht stimmt, weil es ist mittlerweile schon zwei Jahre her, ich habe vor zwei Jahren in dem Fall bei ihrem Programm ein Ticket gekauft für das Programm jetzt. Weil das haben wir früher gemacht, wir haben so Early Sales gemacht, weil ich halt jedes Jahr ein Programm rausgebracht habe, habe ich können sagen, hey, in genau einem Jahr spiele ich wieder da, heute gegen den günstigen Tickets. Und dann wirklich immer ein paar Tickets gekauft. Und dann hat sie gesagt, ich habe schon ein Ticket gekauft gehabt für günstig, ich will Ihnen aber den vollen Preis zahlen. Dann haben sie mir einfach noch eine 20 Knoten gegeben. Und dann hat sie gesagt, vielen Dank, sie haben es so toll gefunden, sie machen das grossartig, sie haben mich so berührt, es war Wahnsinn gesehen. Richtig, richtig schön. Und das sind ja wirklich eben so die Momente. Für die macht man es ja, ne? Also wirklich, ähm, traumhaft gesehen. Und was haben wir noch gespielt? Noch ein bisschen Mixed Shows, einmal im Zack, äh, Jona, Rapperswiljona mit einem, äh, mit einem Frank Richter als Moderator, ähm, C-Try-Out bin ich auch noch geschaut. Ähm, er kommt in ziemlich genau einem Monat mit einem neuen Programm. Sein Zweiter, Blabla Land. Und, ähm, Fun Fact, ich durfte dort Regie machen. Und, äh, es ist erstens eine Arbeit, wo mir mega Spass macht. Weil ich halt so ein absoluter Comedy-Nerd bin und Stand-Up und was weiss ich. Das heisst, mich mit etwas beschäftigen und sich vor allem nicht von mir, finde ich schon mal super. Äh, und andererseits macht es Freude, weil ich habe auch Glück, dass das Programm so geil ist. Also, das, das, das ist ja dann die Arbeit, wo ich nichts damit zu tun habe. Das ist einfach schon, das Grundmaterial, wo, 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 wo der Frank geschrieben und erarbeitet hat, das ist einfach schon mega geil. Also, ähm, kann ich euch nicht, weil ich Regie mache, sondern einfach, weil ich mich jetzt schon sehr damit auseinandergesetzt habe, und es wirklich gut finde. Ähm, kann ich euch nur empfehlen. Frank Richter, sein neues Programm, ähm, hat am 24. März Premiere. Also, könnt ihr das unbedingt, äh, schauen. Und, was haben wir noch gespielt? Ähm, ähm, ah, auch wieder in einem Kino in Oftrigen, im, im You-Event-Center. Dort haben wir eine Mixshow gemacht, die ich gehostet habe. Äh, und dann sind wir auf, äh, Hasliberg, ins Watterhorn. Wo ich das erste Mal gesehen bin, ähm, aber hoffentlich nicht das letzte Mal. Das ist speziell gewesen, weil das sind so die ersten Shows gewesen, jetzt dann nach, ähm, nach den neuen Bundes, äh, Massnahmen. Und, ähm, ja, wir haben dann noch ein paar Tage Ferien angehängt, meine Freundin und ich, und sind auf diesem Hasliberg gewesen. Und verschiedene Sachen gehen, was will man sagen, anzuschauen, wenn man es so will nennen. Ähm, ähm, Wir sind unter anderem in einer ganz geilen Brockenstube. Wir sind, äh, wir sind, äh, in einem, oh, in einem Wildpark sind wir gehen, go, go, ja, das ist sensationell, go zu Geisböck füttern, und, ähm, also Steinböck und, ähm, Reh kann man auch füttern, mega harzig, super toll. Und, ähm, ähm, wir haben einfach so ein bisschen ins Züchstetumme nachgeschaut, ja, und was sind wir noch gesehen, in, in, in Lungeren, in, in, in Meiringen, und so weiter und so fort. Ähm, und wirklich ganz toll dort, ähm, alle Menschen bei diesem Hotel Wetterhorn sind super nett. Wir haben toll, 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 toll gegessen, auch im, äh, äh, Bären, Restaurant Bären. Also, wenn ihr mal irgendjemand dort in der Nähe seid, geht unbedingt, oder, wenn ihr nicht ganz in der Nähe seid, geht trotzdem mal, das sind, äh, sehr unterstützenswerte Leute. Ähm, und, ähm, und, das muss man eigentlich fast mit Übernachtung nehmen, so, wie sonst kommt man, ausser man kommt mit dem Auto, trinkt nichts, dann kann man natürlich auch wieder runterfahren. Aber, ähm, so, halb zehn ist schon, und vorher hat noch Essen, das war die Idee, und, da gibt's wirklich, es gibt coole Acts, wo kommen, noch, wo noch kommen, ähm, muss ich jetzt gerade überlegen, sicher Coons, ich weiss gar nicht, ob Tabu jetzt schon gesehen ist, oder ob die noch gehen, ähm, ja, ja, also es gibt Konzerte, es gibt aber auch, ähm, es gibt aber auch, ähm, es gibt aber auch Spoken Word, wie Stand-Up, oder Redo von Gunten wird irgendwann sein, etc. Also, geht das unbedingt mal, äh, schauen, irgendetwas dort, Hotel Wetterhorn, mit Übernachtung und, und Essen, macht euch, macht euch, ein schönes Weekend, ja, und ich würde sicher auch irgendwann dort sein, also, vielleicht könnt ihr auch warten, bis ich komme, oder ihr könnt dann wieder, weil, ich spiele natürlich gerne ein bisschen, ja, ähm, und, äh, freue mich riesig drauf, nämlich, in einer Woche spiele ich in Horge, mein Solo, kommt auf Horge, alte Schule, eine von meinen absoluten Lieblingslocations, das ist so geil, dort in dieser Aula zu spielen, und, ähm, und, ähm, ich habe bis jetzt immer nur schöne Eben dort gehabt, also, richtig, richtig geil. Dann, auch, Langetou, Langetou, Old Capitol, kommt dort vorbei, macht auch immer riesig Spass, und, ähm, ähm, meine grossartige, ähm, was soll man sagen, Schlusswoche, wo ich viermal spiele, innerhalb von sechs Tagen, also viermal Solo, ähm, 31.03. Hünnenberg, Bezug, 1. April, Basel, in meiner Hurt, im Habsentheater, 2. April, Bern, Theater am Käfigturm, und 6. April, ähm, im Kopfmal Soloturm, und dann noch, das gehört eigentlich gerne dazu, dann sind wir bei fünfmal in, was sind das, acht Tage, neun Tage, ähm, ähm, ein Best-of, wo ich einmalig spiele, eben zahlt in Zürich, das zählt Zürich, am 9. April, das ist eigentlich meine grosse Schlussspurt, äh, wo ich Solo spiele, der Frühling, und jetzt, wo alle die Bedingungen, da, da, eigentlich, alle Massnahmen gelockert sind, müssen wir kommen, jetzt gibt es keine Newsrede mehr, jetzt könnt ihr mir schreiben, was ihr wollt, aber es ist mir egal, die müssen einfach kommen, so einfach, kauft euch Tickets, und ich bin wirklich noch überall, wo man kann sein, also es ist alles, behaupte ich, in einer halben Stunde von irgendeinem erreichbar, ja, sei es, äh, Hörge, sei es Langental, sei es, äh, Bern, Basel, äh, Hünnenberg, Zug, oder Soloturm, also wirklich, also wenn jetzt da nichts in der Nähe ist, dann weiss ich auch nicht, Zürich sowieso, you name it. Kommt vorbei, es würde mich sehr freuen, weil, äh, was ich ja am Anfang erzählt habe, ähm, wenn das jetzt so klappt, und ich über den Podcast sage, dass ihr vorbei kommt, und ihr kommt dann vorbei, ähm, dann muss ich vielleicht nicht mehr so Artikel lesen, wie der, wie der, der Schieleraufsatz. Ich war dort, es war lustig. Okay, das, äh, zu dem, und was kann ich euch sonst noch erzählen? Hey, ich glaube nicht viel, jetzt gehen wir noch schnell zu den Mails, ähm, falls es überhaupt gibt. Es geht, eins, zwei. So, und zwar, äh, betrefft 29,5 cm Pizza. Ich bin sehr froh, kommt auch noch das Wort Pizza. Äh, bonjour, Joël avec le point. Äh, très mal heisst das. Die zwei Pünktchen von mir heissen très mal. Ich hörte gestern am Morgen den Podcast vom 2.2.22. Gut, sie hat geschrieben, äh, 2.2.22, aber ich habe es anders gesagt. Darum sage ich es so, wie ich es gesagt habe. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag, Joël Garçon d'Anniversaire. Merci beaucoup. Ich fand es sympathisch, dass du noch so nebenbei voller Ernst erwähnt hast, dass du jetzt 34 seist und es sich genau gleich anfühlt wie 33. Wäre irgendwie noch krass, wenn man plötzlich über Nacht das zusätzliche Jahr spüren würde. Beispielsweise so. Jetzt fühle ich mich so viel besser als gestern, als ich noch 29 war. Ja, äh, 29 war. Ich bin gerade über Nacht so viel reifer und erwachsener geworden, wie es sich eben für einen 30-Jährigen gehört. Oder es wäre noch lustig, wenn die Summe der Runzeln im Gesicht genau mit der jeweiligen Alterszahl übereinstimmen würde und jedes Mal beim Geburtstag eine neue dazukommt. Dann müsste man praktischerweise keinen Ausweis mehr vorzeigen. Das ist so ein bisschen ein Bit. Das ist, äh, aus dem kannst du etwas machen. Klassiker unter Comedians. Hey, aus dem kannst du etwas machen. Ja, das ist ein Bit. Hey, probiere es mal. Aber wirklich, der Gedankengang, was für ein Wort. Durch-Gedankengang. Ähm, dass wirklich man innerhalb von einer Nacht einfach alles zusammen, so wie auf ein Konter kriegt. Das finde ich noch geil. Ähm, es ist bei mir aber tatsächlich ein bisschen so gesehen, als ich 30 geworden bin. Natürlich ist das hauptsächlich eine mentale Geschichte. Aber ich habe so ein, ich habe so ein wahnsinniges Gefühl von, ähm, wie will man sagen, angekommen gehabt, als ich 30 geworden bin. Weil, weil ich so mit, was soll man sagen, ich glaube, 27, ähm, da typisch bin ich auf Weltreise. You know, ich bin auf Weltreise. Und, ähm, ich habe dann mal einfach gesehen, wie andere Menschen leben. Aber, ähm, ernsthaft, ich bin auf Weltreise. Das hat einerseits natürlich mit der Reise zu tun gehabt, andererseits hat es mit zu tun gehabt, dass ich wirklich mal mich mit mir selber beschäftigt habe. Und ich habe dann irgendwie, ähm, so angefangen, mein Leben ändern. Und wenn man dann so sein Leben ändert und irgendwie so, eben so in Richtung, ja, Reifer und Erwachsener sind die Begriffe, die du jetzt geschrieben hast. Aber ich meine jetzt mehr so grundsätzlich so, ähm, das, wo jetzt schon fast das Fluchwort gebraucht wird, Selbstoptimierung. Aber ja, wenn man wirklich probiert, irgendwie an sich zu arbeiten, sagen wir einfach mal so. Dann ist irgendwie für mich, 30 ist irgendwie sehr etwas Beruhigendes gesehen, weil ich so gefunden habe, ah, die dummen 20er, so viel Spass sie gemacht haben, so fest ich sie dann aber auch nicht mehr haben wollen leben, ähm, haben mir dann geholfen, um effektiv sich so zu fühlen. Ähm, danke wieder, äh, ich bin wieder beim Mail. Danke wieder für das Rätsel in der Miniatur-Pizza-Geschichte. Ah ja, die Pizza, die ich bestellt habe, die ich mich zehnmal aufgekriegt habe, auf italianisch, die Eci. Ich wünsche dir zum nächsten Geburtstag eine Riesen-Pizza-Torte, welche in der Höhe und Breite mindestens 35 Zentimeter lang ist. Yes. Oder für das nächste Mal, wenn wieder eine munzig kleine Pizza kommt, habe ich noch eine hochgradige Bünzli-Idee. Einfach mit dem Dreisatz ausrechnen, wie viel ein Zentimeter der Pizza kostet und das dann hochrechnen und um die entsprechende Menge an Pizza, die fehlt, dann auch weniger zahlen. Diese Idee sollte, glaube ich, besser wirklich nur eine Idee bleiben. Das ist sonst doch etwas zu bünzlig. Yes. Aber ich fand es schon noch lustig. Es ist einfach, ganz ehrlich, ein Foto dort an. Nur schnell, dass ich mich so aufgeregt habe, dass die Pizza so fucking klein war. Das ist hauptsächlich gesehen, weil sie ja auf ihrer Webseite Zentimeter angeben. Das machst du ja eigentlich schon mal nicht. Das schreibt ja auch nicht irgendjemand beim Burger oder bei Pasta. Ich habe noch nie mehr gesehen und da hat es geheißen, 120 Gramm Pasta. Bei Fleisch, verstanden ich es? Bei Fleisch ist so nicht mehr der Punkt, wo man so sagt, hey, ich muss schon wissen, warum das jetzt 80 Franken kostet oder 35. Aber bei all diesen Sachen, Pizzagrösse, sie haben es geschrieben. Sie haben geschrieben, was ist es gewesen, 24 Zentimeter, 30 Zentimeter oder 40 Zentimeter. Also erwarte ich, wenn ich eine bestelle, wo es heisst 30 Zentimeter, erwarte ich, dass das effektiv so ist. Und jetzt schreibe ich es ja. Und ich zahle ja den Betrag. Per Definition, ich weiss nicht mehr, was es genau gewesen ist, aber irgendwie auf der einen Seite ist es 24 Zentimeter gewesen. Und eben das längste ever ist 29,5 gesehen. Also es ist nie irgendjemand mit 30 Zentimeter gewesen. So, darum, so folgt es ja eigentlich an mit dem Ganzen. Sie sagen es, oder? Sie gehen an. Das finde ich schon faszinierend. Ich meine, wo machst du das sonst? Bei Flüssigkeiten, wie viel Deziliter, und eben bei Fleisch. Aber passt das. Du bist schon mal in einem Restaurant gesehen und ich sagte, könnte ich 120 Gramm Lasagne haben, bitte? Ah, nein, keine Beilage. Wissen Sie, ich schaue ein bisschen. Oder umgekehrt. Ja, Beilage gerne noch, machen Sie noch 50 Gramm Salat mit 10 Milliliter Soße. Ja, egal. So, was kommt da noch? Achtung, Spoiler vom Rätsel. Ich dachte zuerst an den blau-rot bekannten Pizza-Lieferanten. Das hat mir jetzt nicht. Aber da die nur drei Punkte haben, merkte ich schnell, das kann es nicht sein. Und dann schlug es mir mit Google einen anderen Pizza-Lieferanten vor. Schnell in den Google-Übersetzer. Ja, tatsächlich brauchte ich dafür einen Übersetzer. Ups. Und ah, tada, die Lösung ist da. Ein tolles Gefühl. Da fühlt man sich wie Kommissar Kugelblitz oder so. Kennst du den Kommissar Kugelblitz? Tolle Kindheitserinnerungen. Lieber Gruß, Ronja. Und ah, noch nicht. Was ist das, ein Pinguin? Und der hat Fötzeli in die Luft geschmissen und da steht Happy Birthday, Joel. Vielen, vielen Dank. Kommissar Kugelblitz kenne ich tatsächlich nicht. Ich, ich, ähm, es klingt ein bisschen wie Inspektor Gadget. Da habe ich immer französisch geschaut. Keine Ahnung, warum. Es ist wahrscheinlich auf irgendeinem französischen Sender konstant gelaufen. Gugu, Inspektor Gadget. Und Tom Turbo. Oh mein Gott, Tom Turbo. Das habe ich natürlich geschaut. Das sind meine Kindheitserinnerungen jetzt so gerade auf diesen Punkt. Und schön, hast du das Rätsel rausgefunden. Ich weiss gar nicht mehr, was ich genau erzählt habe. Aber, ähm, ich glaube, eben, man kann rausfinden, welche Pizzalieferer das gesehen sind. Was ich übrigens an denen auch geil finde, die schreiben auf der Webseite, wie viele Millionen Pizzas sie irgendwie im Jahr raus hauen. Und wie viel, äh, Pasta und wie viel Glace und so. Das ist doch geil. Da kannst du einfach mal, kannst du einfach mal den Umsatz ausrechnen. Egal. Nächste Mail. Feelgood. Da steht einfach Feelgood. Hallo Joel. Als ich gesehen habe, dass du eine Podcast-Folge mit Seven herausgegeben hast, war meine Vorfreude riesig. Zurecht. Bis vor kurzem habe ich ihn nämlich nicht groß verfolgt, nur der Name war mir ein Begriff. Dies änderte sich jedoch, als ich die erste Staffel vom großartigen Fernsehformat Sing meinen Song Schweiz gesehen habe und den tollen Menschen kennenlernen durfte. Ich wusste nicht, dass er auch international eine so große Nummer ist und finde es umso bemerkenswerter, wie bodenständig er geblieben ist. Dies zeigte sich noch einmal ausdrücklich im Podcast und die Folge hatte meine Erwartungen erfüllt. Danke dafür. Nun hast du noch einmal nachgedoppelt und mit Bühne Huber eine weitere große Persönlichkeit aus der Schweizer Musikszene eingeladen. Als Berner bin ich natürlich mit Patent Ochsner aufgewachsen und finde die Band großartig. Auch Bühne passte super in dein Format. Vielgut-Podcast. Schade war die Folge im Vergleich zu anderen eher kurz. Danke für die tolle Unterhaltung und mach weiter so. Lieber Gruß vom Mutzi Jan. Geiles Sieg. Jan, lieber Gruß vom Mutzi zurück. Yes. Ich habe mega Freude, dass wir auch ab und zu so Leute in den Podcast kriegen. Ich meine, jetzt sind wir dann bald bei 100 Folgen mit Gast. Und es wird, ich behaupte, immer wie breiter und facettenreicher an Leuten, die wir haben. Und das muss ja so sein. Natürlich fährst du an mit den Leuten, die du kennst und die du magst. Und nachher ladest du auch die Leute ein, die du nicht kennst und nicht magst. Nein, sondern du ladest mit der Zeit dann halt auch ein bisschen breiter ein, sozusagen. Und ich meine, Seven und ich haben uns gekannt, aber jetzt noch nicht 17 Mal zusammen zu Mittag gegessen und was weiss ich. Und mit der Bühne dasselbe. Und darum, man braucht so ein bisschen, man braucht so ein bisschen einen Vorlauf und ein bisschen eine Visitenkarte und auf einmal klappt es dann. Ich habe auch Schade gefunden, der Bühne nicht so lange konnte. Man kriegt es sicher mal wieder alle und dann kommt er hoffentlich länger. Aber das ist halt auch zum Teil eine sehr tight Schedule. Und für das ist es dann eben gleich wieder geil, dass wir irgendwie knapp 50 Minuten oder so gemacht haben. Und an dieser Stelle empfehle ich dir ein sehr cooles Tabu, schon mehrmals, Bashi, Bastian Baker, Cian, was haben wir noch gehabt aus der Musik? Ja, einfach mal durchschauen. Ja, sowieso. Ich habe ja die Podcasts so angelegt. Klar, ist Covid manchmal noch ein bisschen spürbar. Aber ich habe sie wirklich sehr, sehr bewusst so angelegt, die Podcasts, dass man nicht einen grossen Zeitstempel hat. Dass sie zeitlos sind. Das ist eigentlich das Wort, das ich gesucht habe. Ah, James Grunz natürlich noch, Matt Buchli, 77 Bombay Street, Dodo, oh mein Gott, die Folge von Dodo. Und so weiter und so fort, ja. Darum, es wird immer wieder ein bisschen Menschen aus der Musik haben. Wird auch eine von den nächsten Folgen. Es wird mit einem sehr bekannten Musiker sein. Und das freut mich wirklich sehr. Vielen Dank, Jan. Schreibt weiter Mails, falls du bis dahin gehört hast. Und schreibt Mails, dann gibt es wieder mal eine schöne Solo-Folge. Weil ich merke einfach, die Interaktion mit euch, die bringt mich natürlich auch noch immer anders an. Weil ich dann nicht einfach so aus dem Kopf erzähle, oh, dann bin ich da gesehen, dann habe ich das gemacht. Sondern dann passiert ja wirklich etwas. Podcast, at joelvomutzenbecher.ch ist die Adresse, wenn ihr etwas wollt schreiben. Bemerkungen, Fragen, ja. Wir müssen nicht mal zu mir sein. Können zu eurem Leben sein. Falls ihr ein Problem habt, ich probiere es zu lösen. Falls ihr Wünsche habt, Anregungen und so weiter und so fort. Ich verlasse sicher auch wieder mal etwas. Und an der Stelle auch vielen Dank allen Menschen, die sonst noch immer schreiben. Das leise ich dann zum Teil nicht vor. Aber ich schätze es wahnsinnig. Auch die tolle Rückmeldungen immer auf Instagram und sonst Mail, Comments, YouTube natürlich. Vielen, vielen, vielen Dank. Hört euch lieb. Und geniesset den heranrauschenden Frühling, so wie ich, mit Heuschnuppen. Bis bald und freut euch auf eine neue Folge mit Gast. Die ist sehr lustig. Der Freitag. Bis dann. Peace. Ciao. 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 Ciao.